Freunde in NRW, die Sommerferien gehen heute hier zu Ende ab. Morgen geht der Alltag bzw. der Ernst des Lebens wieder los. Wir kriegen aber noch einen Sommernachschlag. Der Sommer, der jetzt noch phasenweise weitergeht, heute teilweise morgen. Und dann in der nächsten Woche wird aber nichts mehr mit dem Sommer zu tun haben, den wir in den letzten Wochen hatten. Das sah allein schon der Kalender. Jetzt sind die Nächte auch frischer geworden. Und am Mittwoch gibt es ohnehin wieder was auf die Mütze, morgen Nachmittag. Aber der heutige Tag ist schön durch dieses Hoch, das direkt über uns liegt. Es transportiert trockene und warme Luft heran und bringt uns in NRW zwischen 5 Stunden Sonnenschein im Teutoburger Wald und 13 Sonnenstunden am Niederrhein. Ansonsten haben wir im Nordosten eben 5 bis 9 Sonnenstunden, im Südwesten ist es am sonnigsten. Es werden ein paar Sonnenstunden abgezwackt durch die Wolken, die wir anfangs noch haben. Einerseits im äußersten Norden, andererseits im Südosten. Und gerade in Bayern sind die auch noch mal kompakter. Hier sind ja auch noch Ferien. Und im Laufe des Tages lockern die Wolken mehr und mehr auf. Am Alpenrand, am Boden ist es dann oft schon sonnig. Und auch in weiten Teilen von NRW haben wir eben strahlenden Sonnenschein. Sonst sind immer mal wieder ein paar lockere Wolken unterwegs. In NRW übrigens auch vom Westmünsterland bis Ostwestfalen rüber. Schauen wir auf den Wind. Der ist schwach unterwegs, im Norden mäßig aus westlichen Richtungen. Und dann dreht der Wind um. Das liegt an dem Hoch, das genau über Deutschland zieht. Und im Hoch fließt die Luft auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn. Die Temperaturen steigen in NRW auf 23 bis 28 Grad. Sonst sind es deutschlandweit 21 Grad an der See und in den östlichen Mittelgebirgen. Und bis zu 29 Grad im äußersten Südwesten. Am Abend bleibt es noch sonnig. Ein paar lockere Wolken sind vor allen Dingen im Nordwesten unterwegs. Im Südosten ist es zum Teil richtig wolkenlos. Aber was wir auf keinen Fall haben, ist diese große Wärme, die wir noch vor einigen Wochen hatten in den Abendstunden. Die Abendtemperaturen liegen zwischen 13 Grad in den Mittelgebirgen und 18 Grad an der Ostsee und in der Kölner Bucht.